Ja Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zurück hier auf meinem Kanal und wieder einmal zu einer Map-Vorstellung. Heute schauen wir uns die Karte Petite France etwas genauer an, die jetzt eben zum Download verfügbar ist. Die Karte ist nur für PC verfügbar und der Download-Link kommt natürlich in meine Videobeschreibung. Wir bekommen hier eine schöne französische Karte, eine eher kleinere Karte. Wir haben als Zusatz den Mod-Güllesystem, also das Güllesystem ist hier kompatibel, müssen wir natürlich nicht nutzen, aber können wir nutzen. Wir haben noch Multifood mit dabei, also wir haben einerseits einmal Klee noch mit dabei, wir haben Luzerne mit dabei, wir haben Hirse mit dabei, Sorgum ist mit dabei. Das ist eben eine Hirseart, kennen wir auch schon von anderen Karten und wir haben Roggen noch mit dabei. Das ist leider noch nicht übersetzt in Stoetsche, also die Standardfrüchte sind natürlich in Stoetsche übersetzt, aber die anderen Früchte sind leider nicht übersetzt noch. Das könnte man vielleicht noch machen. Ansonsten die Abladestellen und so weiter, das ist glaube ich so gewollt, dass die noch in Französisch sind. Auch die Namen der Besitzer der Felder, die sind ebenfalls noch französisch. Also das ist alles eben so gewollt, das passt auch so. Wir haben wie erwähnt eben eine eher kleinere Karte, aber dafür eine sehr schön ausgearbeitete Karte. Wir haben eine sehr farbenreich gestaltete Map hier, also wir haben schöne Farben mit dabei und das Ganze ist eben klein und sehr toll gestaltet. Wir starten hier bei unserem Haupthof, also es gibt mehrere Höfe mit Tieren, also wir haben hier fast alle Tierarten vertreten, bis auf die Schweine und die Pferde. Die sind momentan standardmäßig noch nicht dabei, aber ansonsten Hühner, Schafe und Kühe sind hier mit am Start. Wir fangen an bei unserem Starthof, der hier eben die Hühner beinhaltet und hier unten am zweiten Hof dann die Schafe. Wir haben ein Farmhaus mit dabei, der Viehhändler ist gleich in der Nähe. Erste Abladestellen sind dann hier unten schon mit dabei. Es geht dann weiter zum zweiten Hof, das ist eben der Kuhhof mit einem Hofsilo. Mehreren Feldern hier, wie man sehen kann, hier dann Abladestellen. Wir haben auch so eine Art, ja nicht direkt Lohnbetriebhöfe, sondern das sind so kleinere Flächen, wo Unterstellmöglichkeiten beispielsweise sind, aber keine Tiere mit drauf sind. Wir haben dann hier oben Abladestelle, das müsste glaube ich das Sägewerk sein, da stehen auch schon Startfahrzeuge bereit. Es ist dann hier der Landmaschinenhändler noch mit angesiedelt. Dann geht es hier wieder hoch, die Biogasanlage und hier unten haben wir noch einiges an Abladestellen. Also man sieht schon, wir haben hier einiges mit dabei. Viele Abladestellen für die Kartengröße, also das passt schon einmal sehr, sehr gut. Biogasanlage ist mit dabei und diese gestrichelten Felder hier, das sind normale Wiesen, können wir aber dann eben auch nutzen, um noch etwas drauf zu bebauen. Ja, die sind nicht ganz flach gestaltet, aber eher flach, also wo wir dann eben Sachen drauf bauen können. Wenn wir die Taste X drücken, ich spiele jetzt auf Neuer Pharma, also ganz wichtig, jede Schwierigkeitsstufe wird sich dann hier sicherlich auch verändern. Wir haben einmal alles bekommen, was eben zur Kartenbegrenzung oder zur Mapbegrenzung dient und auch die ganzen Straßen, die ganzen Abladestellen und so weiter, das gehört von Anfang an uns. Dann gehören uns eigentlich auch alle Höfe uns und wir haben dann schon Feld 19, 14 und 13, das ebenfalls schon in unserem Besitz ist. Also man sieht schon, wenn wir auf Neuer Pharma spielen, auf der leichtesten Spielvariante, Biogasanlage gehört auch schon uns, bekommen wir hier schon einiges. Wir können natürlich auch die Waldparzellen hier kaufen, da sind auch einige drauf, größere, kleinere, vom Preis her eigentlich recht günstig. Auch hier diese Flächen, diese ausgewiesenen, sind auch vom Preis her recht günstig und wir können natürlich auch die Felder noch einzeln kaufen. Auch die sind preislich auch sehr moderat gestaltet, also nicht allzu teuer, sie haben natürlich auch nicht so die große Fläche, also das passt alles auch sehr, sehr gut. Natürlich auch die Wiesen hier können wir alle kaufen einzeln, also auch das ist hier alles mit möglich. Wenn wir noch ganz kurz die Feldgrüße und Feldform ansprechen, weil wir gerade bei der Feldgrüße waren, Feldgrüße und Formen haben wir hier alles mit dabei, also keine rechteckigen Felder oder irgendetwas sehr, sehr natürlich angelegte Felder. Das Feld 39 und 15, 14, das sind eigentlich die, die am ehesten rechteckig sind, ansonsten, wie man sieht, haben wir alle Feldformen hier vertreten. Das ist sehr, sehr schön, auch von den Feldgrüßen her ist hier wirklich für jedem was dabei, also von den Feldgrüßen eigentlich alle so eher kleinere Felder. Es gibt keine ganz kleinen Felder und keine ganz großen, sondern eigentlich so durchschnittliche Felder auf der Karte, also das passt auch alles sehr, sehr gut. Wenn wir noch ganz kurz in unsere Garage schauen, da stehen auch interessante Schlepper. Wir haben drei Schlepper hier einmal in der Auswahl. Wir haben einmal New Holland mit 99 PS, den Valtra mit 100 PS und den Fiat mit 150 PS, also zwischen 100 PS und 150 PS. Der FMZ-Drescher, der kleine ist mit dabei, mit 4,20 Meter Arbeitsbreite beim Schneidwerk. Dann haben wir den Strautmann mit am Start, den wir natürlich auch umkonfigurieren können, beispielsweise zu einem Plattformanhänger oder so weiter. Da haben wir 8000 Liter Fassungsvermögen momentan, ein bisschen Ackerbautechnik, also ein Grupper und eine Seemaschine. Den Stepper haben wir sogar schon dabei, den Forstanhänger, hier den wir nutzen können, der steht schon beim ersten Waldgebiet bereit. Wir haben noch das SB700, das Gewicht, das 700 Kilo Gewicht und dann noch einen Kärscher, um unsere Geräte hier sauber zu machen. Man sieht, wir müssen natürlich zum Anfang einmal mit Ackerbautechnik anfangen, also noch nicht die Tiere groß versorgen, sondern wir müssen zuerst einmal Geld verdienen, um natürlich dann unsere Tiere auch versorgen zu können. Besser gesagt, dass wir uns Geräte eben kaufen können, wo wir Gras ernten können oder Heu pressen können und so weiter. Also das ist einmal eine schöne Geschichte, aber wir können hier schon einmal voll durchstarten. Das ist schon einmal schön. Ich blende einmal, das hat wieder ein natürlich, die FPS-Anzahl blende ich hier ebenfalls ein. Wir starten hier eben bei unserem Haupthof, der eben gleichzeitig unser Startpunkt ist hier. Hier ist ein Farmhaus, das wir hier nutzen können natürlich, also wir können hier auch schlafen gehen, das passt einmal alles. Und wir haben dann hier den ersten Stall, die erste Stallanlage, das wären eben die Hühner. Da können wir hier Futter geben den Hühnern, wir können hier das Tiermenü öffnen, müsste normalerweise funktionieren, jawohl. Und hier werden irgendwo die Eier spawnen, dann schätze ich einmal, weil hier noch ein Trigger ist. Ist alles klein gehalten, der Hof hier generell natürlich auf der Karte empfehle ich euch mit kleinen Geräten zu spielen. Man sieht es ja auch in den Startfahrzeugen, solche Geräte vielleicht höchstens mit 200 PS Traktoren, aber das ist dann eher schon zu viel, zu groß, also kleinere Geräte sind hier sicherlich besser aufgehoben. Wir haben einige Unterstellmöglichkeiten, können hier dann gleich rausfahren, es geht auf die Straße raus. Wir haben hier natürlich Verkehrsschilder mit verbaut, wir haben Verkehr verbaut auf den Straßen. Alles natürlich in Französisch gehalten, hier Unterstellmöglichkeiten, einige kleinere. Und wir sind jetzt hier auf der Straße. Wir gehen hier gleich einmal der Straße entlang und kommen hier dann gleich einmal runter zum Viehhändler. Also man sieht, es ist leicht hügelig angelegt, das Gebiet hier. Und haben hier die Möglichkeit eben den Viehhändler zu öffnen. Das wäre eben eine große Fläche, die wir nutzen können, um etwas zu bauen. Also man sieht, es ist ein eher flacheres Gelände hier, da können wir sehr, sehr gut Sachen drauf bauen, beziehungsweise platzieren, also das passt schon einmal sehr gut. Gut, wir nähern uns dem nächsten Hof, das wären eben dann die Schafe gewesen. Wir haben dann hier schon erste Unterstellmöglichkeiten, haben hier noch einen Durchfahrsilo und haben hier die Möglichkeit, den Viehhändler von den Schafen zu öffnen. Wir können natürlich auch hier das Tor öffnen, können dann hier reinfahren. Hier werden wir wahrscheinlich die Tiere füttern können. Also das sieht alles sehr, sehr gut aus. Hier hinten sind auch Trigger, also da können wir auch noch Futter und Wasser mit reingeben. Also von dem her passt das schon einmal recht gut. Hier vorne ist der Trigger, wo die Wolle dann spawnen wird. Also von dem her ist das hier alles wieder recht selbsterklärend. Aber wie gesagt, von den Einfahrten, von der Größe her, muss man hier wieder etwas aufpassen, dass man hier vielleicht nicht mit den allzu größten Geräten durchfährt. Es geht dann hier nach oben. Wir haben hier verschiedenste kleinere Details, wie diese Kapelle beispielsweise, schöne Bäume am Straßenrand, Stromleitungen. Also das sieht alles sehr, sehr gut aus. Es ist wirklich sehr schön verarbeitet. Auch hier die Richtung zu den Abladestellen, verschiedene kleinere Straßen. Also man sieht auch hier so eine kleine Werkstatt, die wir nur nutzen können, eben um unsere Fahrzeuge reparieren zu können oder vermutlich auch zu konfigurieren hier. Dann geht es hier weiter zu den ersten Abladestellen. Da können wir das Tor gleich einmal öffnen, können hier auf die Waage fahren und dann können wir hier einmal abladen. Also das ist auch schön gestaltet hier. Da können wir verschiedenste Sachen verkaufen. Es geht dann hier wieder runter. Da kommen wir, schauen wir ganz kurz zur Biogasanlage rüber, da wir gerade hier sind in dieser Ecke. Wir haben dann hier erste Forstgebiete schön angelegt, auch immer. Also Waldboden, ein paar Büsche mit drinnen, verschiedene Baumarten in verschiedenen Größen. Das passt auch alles sehr, sehr gut. Wir haben dann hier die Biogasanlage mit zwei Durchfahrsilos, die als Keilsilos umfunktioniert wurden. Also das passt auch alles. Hier ein Füllbunker und hier werden wir dann die Gärreste wegbekommen. Da können wir natürlich auch das Gülleschlauchsystem verwenden. Ein kleiner Unterstand hier. Also das ist hier alles recht schön gestaltet. Wir fliegen ja mal ein bisschen schneller und sehen uns hier mal die Feldwege an. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Also so schöne Feldwege, die machen die Karte wirklich sehr besonders, beziehungsweise ist eben etwas anderes als die Standardfeldwege immer. Dann haben wir hier noch ein Forstgebiet, das hier durch einen Weg schön erschlossen ist. Es geht dann hier weiter mit Feldwegen und hier ist dann das Kartenende. Da können wir ganz ranlaufen, ist vielleicht etwas problematisch. Aber ansonsten die Mapbegrenzung, wenn wir so schauen, im Hintergrund sehen wir die Berge. Das ist wirklich alles sehr, sehr gut gestaltet. Wir haben dann hier einen schönen Kreisverkehr, auch hier mit Blumen wunderschön gestaltet. Das Ganze, da ist dann der Landmaschinenhändler. Es ist ein Glashändler eben, der hier mit angebracht wurde, beziehungsweise mit angesiedelt wurde. Können hier den Landmaschinenhändler betreten, die Fahrzeuge konfigurieren, reparieren und verkaufen können wir bei diesem Trigger hier. Also das ist hier alles möglich. Und die Felder eben in verschiedenen Größen. Manche sind etwas steiler, manche etwas flacher. Also das muss man sich natürlich vor dem Kauf genau anschauen, das Feld, um dann natürlich auch dieses Feld zu kaufen, das man auch haben möchte. Es sind dann hier noch mehrere Unterstellmöglichkeiten mit angebracht worden. Verschiedene Forstgebiete hier. Dann geht es hier weiter Richtung Sägewerk. Das ist nur ein kleiner Holzpolter hier. Und nebenbei ein Hackschnitzelhaufen, wo wir Hackschnitzel und normales Holz verkaufen können. Hier schon die ersten Startfahrzeuge wieder, wo eben wir gleich in den Wald starten können. Also das passt schon einmal wirklich recht gut. Auch hier immer wieder so Mauern. Manche Felder eingefasst in Mauern, manche mit so Sträuchern. Die Sträucher haben keine Kollision, die Mauern natürlich schon. Also da muss man vielleicht etwas aufpassen, wieder mit größeren Geräten. Es geht dann weiter zum nächsten Hof. Das ist zwar kein richtiger Hofgroßer, sondern wir haben hier einfach eine Fläche mit einer Unterstellmöglichkeit. Hier steht schon ein Fahrzeug bereit. Hier vorne steht schon unser Drescher bereit. Also man sieht, es ist alles im kleinen Rahmen gehalten. Hier werden wir vermutlich die Eier loswerden oder die Wolle. Weiß ich jetzt nicht genau. Müsste man sich dann noch anschauen, wenn wir das gerne haben möchten. Es geht dann weiter Richtung nächsten Hof. Das sind die Kühe. Also hier ist die Kuhfarm bzw. eben der Kuhhof. Hier ist eben der Stall der Kühe. Da können wir natürlich auch hier wieder alles öffnen. Also das funktioniert alles einwandfrei. Wir können die Tiere hier vorne füttern. Haben hier wahrscheinlich die Möglichkeit, den Viehhändler zu öffnen. Das funktioniert auch alles einwandfrei. Hier drüben ist der Mistlagerplatz dann vermutlich angebracht. Und hier können wir die Gülle holen. Ich sehe gerade, da wird eher der Mistplatz sein. Oder ist das... Nein, das ist ein kleiner Keilsilo. Also der Mistplatz ist schon hier vorne. Und hier ist ein kleiner Keilsilo, den wir hier nutzen können. Also von dem her ist das auch hier alles besprochen. Beziehungsweise haben wir uns alles angeschaut. Hier viele Unterstellmöglichkeiten. Also ein etwas größerer Hof, der hier beinhaltet. Beziehungsweise das wird vielleicht sogar so ein kleiner Hof sein für einen Lohnbetrieb. Da hier sehr, sehr viele Unterstellmöglichkeiten sind. Hier drüben geht es dann weiter. Hier haben wir ebenfalls noch mehrere Unterstellmöglichkeiten. Haben hier ein Hofsilo sogar platziert bekommen. Da können wir hier abladen und hier wieder entnehmen. Also auch das wurde hier schön platziert. Und wir sehen, wir haben hier einen etwas größeren Hof, eben der zusammenhängt mit einem, ja vermutlich einen kleinen Lohnunternehmerhof, der hier mit angesiedelt wird. Hier ist noch ein Startfahrzeug, das hier am Feld schon bereit steht. Und es geht dann hier gleich weiter. Wir kommen hier zwar sehr, sehr nahe an die Baumtabete ran. Das ist vielleicht noch etwas, ja etwas eckig gestaltet, das Ganze hier. Also das hätte man noch ein bisschen rausziehen können. Aber das sind wirklich sehr, sehr kleine Details, die wir hier jetzt ansprechen. Beziehungsweise die mir hier jetzt auffallen. Also man sieht schon, wir haben eine sehr, sehr schön gestaltete Karte. Hier noch eine Abladestelle. Da können wir hier gleich durchfahren und hier abladen. Also auch das, ja jetzt bin ich zu früh aufgestiegen. Auch das ist hier sehr, sehr schön angelegt. Wir sehen, wir nähern uns wieder unserem Ausgangspunkt. Wir fliegen noch einmal hier beim Schafhof, wenn wir rüber schauen, vorbei. Und sind jetzt hier wieder bei den Hühnern mit angekommen bei unserem Ausgangspunkt. Wir gehen einmal wieder runter, blenden einmal die FPS-Zahl und das hat wieder aus. Und machen ein kurzes Fazit zu dieser Karte, zu dieser sehr, sehr schön gestalteten Karte. Also ich glaube, man hat es sehr, sehr gut gesehen, was ich am Anfang angesprochen habe. Eine farbenfrohe, schön gestaltete Karte. Klein, aber fein kann man hier wirklich sagen. Sehr, sehr detailreich, dass immer natürlich auf so kleinen Karten besonders gut rauskommt. Wir haben auch gesehen, die Performance auf der Karte ist sehr, sehr gut. Wir haben durchgehend 60 FPS, also auch für leistungsschwächere Rechner wird die Karte wirklich problemlos laufen. Auch die Log, wie wir sehen können, ist sauber. Also auch die Log-Fehlerfreiheit ist hier voll gegeben. Von den Funktionen her, die Stelle an sich, soweit ich das jetzt beurteilen konnte, funktionieren alle. Wir können eigentlich überall den Viehhändler einmal aufrufen. Das ist schon einmal eine wichtige Sache. Die Trigger sind eigentlich durchgehend überall markiert. Also hier gibt es eigentlich keine Fragen, beziehungsweise sollte es zu keinen Problemen kommen. Wir kommen ganz kurz natürlich auch noch zu meiner Bewertung dieser Karte. Die Karte bekommt auf jeden Fall 5 von 5 Sternen. Das ist sie ganz klar wert eben. Die ganzen Vorteile habe ich ja schon während der Vorstellung aufgezählt und auch jetzt noch verschiedenste Sachen aufgezählt. Wir haben eben die Erweiterung des Güllesystems. Also die können wir nutzen, müssen wir aber nicht nutzen. Wir haben verschiedene neue Fruchtarten dazu bekommen. Also von dem her haben wir auch hier ein bisschen Multifood mit dabei. Also hier gibt es sicherlich einiges zu tun auf der Karte. Es ist eine schöne kleine Karte. Natürlich nicht für die allzu großen Geräte. Das hat man, glaube ich, immer wieder sehr, sehr gut gesehen an den Hofeinfahrten, Feldeinfahrten oder generell eben an den Straßen. Da kommt man einfach mit großen Geräten sehr, sehr schwer durch. Man erreicht teilweise sicherlich nicht einmal die Abladestellen, wenn wir hier mit zu großen Geräten rumfahren. Also eine reine Singleplayer-Karte, würde ich sagen, für die kleine Landwirtschaft. Da hat man richtig viel Spaß drauf. Also glaube ich, gibt nicht mehr allzu viel zu sagen. Eine klare Download-Empfehlung von mir an dieser Stelle auf jeden Fall und großes Lob an den Modder hier. Wenn dir meine Map-Vorstellung gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung von dir freuen. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, auf jeden Fall abonnieren bitte. Also hoffentlich bis demnächst. Ciao.